Ihr müsst doch über die Gelenkischkeit eigentlich nichts mit dir hinkriegen, ohne. Das hat mit uns nichts mit dem zu tun. Ja, aber von Gelenkischkeit her. Bei Wing Chun ist man eigentlich auch sehr gelenkig. Ja, es gibt Leute, aber es hat damit nichts zu tun. Die Dritte sind eigentlich in Kniehöhe. Maximal hier. Alles andere ist unlogisch. Ich kann zwei Meter Zähne mit zwei Euro ohne Probleme. Mensch, der hat sich doch verdruckt. Da steht Flirttheater. Du bist doch Fitnesstheater. Wenn du hier trittst, ist das alles offen. Natürlich. Du sie hast es gemacht und hat eine Show mit eingebautet für Filme. Weil ja damals eben Chuck Norris gesagt hat, wenn er keine Show bringt, dann wird er ja nie anerkannt in Amerika. Aber reine Kampfkunst hat wenig mit Showtechniken zu tun. Wer ist denn der beste Kniehöhe jetzt? Na ich muss ich sagen. Wer ist denn der beste? Der beste? Der was gewinnt wahrscheinlich. Der beste ist jetzt Jet Li. Ach, Jet Li ist ja Filmstar. Filmstar, den haben sie aber erst entdeckt vor zwölf Jahren. Der war im Klosling hier. Ich kenne Leute, die dort waren. Also bei ihm. Aber der Punkt ist, der ist ein Achtender.